Dieses riesen YouTuber-Turnier ging nicht gut für mich los. Die haben meinen Namen einfach mit Y geschrieben. Heute sollen bis zu 5000 Zuschauer kommen. Aber unser Sturm trifft die Bälle nicht. Die machen ja wirklich nur Luftlöcher. Jetzt nur eine kurze Teambesprechung. Und dann geht schon unser erstes Spiel los. Unser Coach Marc Gebauer will komplette Offensive spielen. Die Yannick Freestyle-Fankurve ist auch am Start. Der legendäre Mann, der Bier auf dem Kopf balanciert. Und dann kam unser erstes Spiel. Ich brauch gar nicht viel drum herum reden. Wir haben die Packung bekommen. Aber unser Coach sagt immer weiter. Das hab ich dann auch wortwörtlich gemacht. Und diesen Weltklasse-Tunnler verteilt. Danach hab ich noch ein bisschen mit dieser Brasilianerin rumgetrickst. Und mein Trikot verschenkt. Das Yannick mit Y-Trikot.